Hey, hey, nicht gut geschlafen? Ich habe geträumt, würde ich sagen. Also ich lief durch den Park. Es war überall dunkel. Ich war ganz allein. Und auf einmal da bin ich wach geworden. Wie gruselig. Es war nur ein Traum. Paula? Wo bist du gewesen? Warum? Deine Füße. Das kann nicht sein. Bist du Schlafwandlerin? Nein, so weit ich weiß nicht. Galaxie Park, Galaxie Park, Galaxie Park, Galaxie Park. Die große Attraktion sind Aliens. Wer ist falsch, wer echt? Galaxie Park.